Hallo, ich bin's wieder. Heute ist es sehr heiß hier in München und ich bin in meinem Arbeitszimmer und habe eine Redewendung für dich und zwar ins Gras beißen. Hast du das schon mal gehört? Ins Gras beißen. Wenn jemand ins Gras beißt, stirbt er. Er hat ins Gras gebissen. Ich beiße noch nicht ins Gras. Nein, nein. Aber ich helfe dir weiterhin, Deutsch zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, wenn du ein Wort hast, das ich hier besprechen soll, schreib es in die Kommentare. Mache ich gerne. Ciao.